Der Atom 4 Rod Protection Holder ist viel mehr als eine gewöhnliche Routentasche zum Schutz deiner Atomrods. Er bietet eine Komplettlösung, mit der ein Angler mit minimalem Gepäck reisen kann, ohne auf erforderliches zu verzichten. Er wird aus super strapazierfähigen 900D Endura Material gefertigt und ist mit PE Platten Verstärkung ausgestattet. Er wurde speziell für den vollständigen Schutz von vier fertig montierten Atomrouten inklusive Big Pit Rollen entwickelt. Routenspitzen und Enden sind voneinander getrennt und mit leicht zugänglichen gepolsterten Grifflaschen und Klettbändern an beiden Enden an Ort und Stelle gesichert, während die Rollen durch einen gepolsterten Mittelteiler weiter geschützt werden, um zu verhindern, dass sie während des Transports miteinander in Kontakt kommen. Zusätzlichen Schutz bietet ein weiterer gepolsterter Teiler, der über die Routen und Rollen geht und auf der Rückseite Stauraum für Gegenstände wie Banksticks, Disson Sticks und ein Wurfrohr bietet. Auf der gegenüberliegenden Seite des Atom 4Rod Protection Holder findest du drei Mesh Aufbewahrungstaschen mit Reißverschluss, in denen du unsere Black Series Roving Rig Tasche, die Black Series Buzzerba Poach und anderes Zubehör untergebracht werden kann. Es gibt auch einen starren EVA Rig Table, der entfernt und zum Beispiel auf dem Schoß verwendet wird, um Rigs am Wasser zu binden. Äußerlich bietet der Atom 4Rod Protection Holder weitere Aufbewahrungslösungen. Lange Gegenstände wie die XL Boy & Weight Sling, das Atom Landing Net und die Atom 12 Meter Baiting Pole passen gut in die großen Fronttaschen, während andere kleinere Zubehörteile sicher in zwei gepolsterten Zubehörtaschen aufbewahrt werden können. Weitere äußere Merkmale des Atom 4Rod Protection Holder sind durchgehend robuste Kreisverschlüsse, ein abnehmbarer, gepolsterter Schultergurt, flache Haltegriffe zum Tragen sowie eine verstärkte, abwischbare Basis. Das Atomkonzept ist darauf ausgerichtet, Produkte anzubieten, die es Anglern ermöglichen, mobiler zu bleiben, indem die Größe und Anzahl der zu transportierenden Einzelstücke reduziert wird. Bei jedem Produkt aus der Serie wurden überlegte Lagerungs- und Organisationslösungen verwendet. Das Atom 4Rod Protection Holder bietet eine kompakte Aufbewahrungs- und Transportlösung, nicht nur für Atomrods. Weiteres Tackle zum Karpfenangeln lässt sich bequem verstauen und wird gleichermaßen geschützt. Weitere Informationen und eine Übersicht der gesamten Atomprodukte findest du unter www.aquaproducts.co.uk